viele fragen nach meiner haarpflege hier ist sie ich erinnere mich als du diese schönen roten feurigen haare gehabt hast ehrlich gesagt das war schon ein echter hingucker meine pflege ist simpel ein bestes shampoo von alverde und ich dachte mir da gibt es ein großes geheimnis wenigstens ein bisschen alle drei wochen nutze ich dieses silber shampoo um gelbe stiche zu entfernen aber nicht zu oft sonst werden die haare lilla magst du entfüllen oh nein 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 ich lasse sie nur luft trocknen danke ok du gloria das schaut wirklich natürlich aus kann das sein das grau das mal blond ist für mich schon aber du bleibst lieber bei deinem briseur ok ein weiterer geheimtipp ist dieses haaröl pflege von alverde das verleiht glanz und pflegt die haare bei meinen sind es schon sehr trocken ok und haaröl ja das musst du auch probieren ok ja egal welk unsere freundschaft bleibt im trend oder ja und das wird sie auch bleiben danke fürs zuschauen ich hoffe dass die tipps in bezug auf die grauen haarpflegeprodukte durch Claudia euch ein bisschen geholfen haben und wir würden uns freuen über neue abonnenten für unseren kanal